Unsere Behandlungen teilen sich in die Fußpflege, in die Kosmetik sowie in die Massage. Bei der Fußpflege steht die Behandlung der Zehen sowie der Hornhaut im Vordergrund. Auch Lackierungen, Schellack und Fußmassage findet hier ihren Anklang. Bei der Massage sind es klassische Massagetechniken, Lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage oder auch entspannende Techniken wie die Hot Stone Massage, kosmetische Behandlungen, beinhaltene Aknebehandlungen für die unreine Haut, sowie die klassische Gesichtspesmetik, Ultraschallbehandlungen, Mikrodermopressionsbehandlungen oder unser neuer Bestseller die Hydrocare Gesichtsbehandlung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!